Oh mein. Schau dir das an. Es sind dringende Neuigkeiten eingetroffen. Unglaublich. Ole Werner steht vor dem Verlust eines wichtigen Spielers, die Fans trauern. Du wirst nicht glauben. Aber bevor sie ihnen diese Neuigkeiten mitteilen, abonnieren sie den Kanal, damit sie diese Neuigkeiten nicht verpassen, denn wir werden ihnen alles darüber erzählen. Nach Informationen von Sky hat der saudische Klub Alveda FC ein Angebot für Marvin Duxch abgegeben. Das kann eine schwierige Zahl sein. Die Ausstiegsklausel von Marvin Duxchs Vertrag mit Werder, 7,5 Millionen Euro, ist am 15. Juni ausgelaufen. Hinterlassen Sie jetzt schon Ihr Like in diesem Video, denn es ist sehr wichtig, dass Sie die neuesten Werder News, die wir hier veröffentlichen, nicht verpassen. Vielen Dank. Auch weiterhin. Laut Informationen von SkyLeak Duxch ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien vor. Berichten zufolge bot Alveda FC eine Ablösesumme von 12 Millionen Euro für einen sofortigen Wechsel in die Saudi-Pro-League. Mit Blick auf die Heimeuropameisterschaft im nächsten Jahr bleibt der Sturmpartner von Niklas Phil Koglieber in der Bundesliga und versucht, auf den Euro-Zug aufzuspringen. Der aktuelle Vertrag des 29-jährigen Stürmers bei Werder läuft noch bis 2024. Bisher bot der Verein eine Verlängerung um ein Jahr an Duxch strebt eine längere Laufzeit an. Mögliche Variante, Stürmer startet nächste Saison mit auslaufendem Vertrag und wechselt nach Vertragsende Ablöse frei. Hallo Fan, bleibt Marvin Duxch deiner Meinung nach bei Werder oder nicht? Was ist deine Meinung? Schreibt es in die Kommentare, denn es ist sehr wichtig für unseren Werder. Bleiben Sie auf dem Laufenden, denn ich halte Sie jederzeit über die neuesten Nachrichten zu Werder Bremen auf dem Laufenden.